Lass raus, lass raus, komm! Wenn's Grimpy ist, Alter, dann kann sie mit... Keiner von mir... Nein, 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 der Überfall noch uns! Ähm, hier, du musst mich rauslassen, bis der früher Ferse kam. Der Überfall, stehen bleiben! Aber noch nicht! Ah! VDM! Ja, töte die alle! Schieß, bin tot! Doch, die alle sterben, Jungs! Ja, ohne Vorwarnung, die haben einfach... Hä, hä, wo saßt ihr? Die sind gar nicht ausgestiegen! Wo sind denn die Jungs? Da waren noch welche da! Ja! Lass mich raus, lass mich raus! Äh, der Strider wurde hochgehört! Ja, ich seh's! Oder links am Berg hast du mit sich hochgehört! Ich lauf, ich lauf, ich lauf! Äh, Jungs! Das war dann wohl ehrlich! Ich bin nicht tot! Nein, nein! Wir haben, wir haben Raub, äh, Ding durch... Ja, wir haben Überfall gerufen! Ach so, okay! Wer war das? Wer war das? Brimpt war das? Ja, Brimpt! Ich hab nicht... Ich hab nicht mal geschafft! Stefan hat ihn getötet! Ja, wunderbar auch getötet! Jawohl, Katzi, Katzi! Die haben sich gegenseitig umgebracht! Hahaha! Mal weiterfahren oder was? Ja! Okay! Wollen wir bitte den Geländewagen irgendwie verstecken und stehen lassen und alle fahren im E-Frit mit? Gut! Dann verstecken wir den jetzt seitens im Schilf! Steck mal aus! Steck mal aus! Alle aussteigen! Kannst du aber nicht sagen! Lass aber stehen! Alter! Schuss! Schuss auf den Geländewagen! Schuss auf die Reifen! Kampfgebiet! Kampfgebiet! Ja! Ja! Die haben alle Armut, ne? Achso! Warte! Hier ist offen! Wer hat geschossen? Wer hat von den Reifen geschossen? Wer hat von den Reifen geschossen? Das... Das musste der Brimpler gewesen sein! Der hat sich versteckt hinterm Stein der Sack! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Wo? Markieren! Hinter... Gradzahl! Gradzahl! 118 Grad! Er ist tot! Tot? Ja! Tot! Boah, ein Idiote! Da! Rimp! Real Evil! Ja! Da läuft einer! Da läuft einer! Real Evil! Real Evil! Unbewaffnet! Komm zu uns! Der ist auch nicht schießen! Nicht schießen! Real Evil! Der ist bewaffnet! Nicht schießen! Er ist unbewaffnet! Der hat sich nicht gewaffnet auf dem Rücken! Egal! Nicht schießen! Boah! Nicht schießen! Der hat eine LME auf dem Rücken! Boah! Ich halte jetzt deine Fresse im Kampfgebiet! Wenn du einmal sagst, er ist bewaffnet, haue ich da eine rein! Der ist unbewaffnet! Der hat sich geholstert! Das war kein RDM! Jetzt ruhe! Ja! Komm mal her! Real Evil! Komm mal her! Wir haben nicht auf euch geschossen! Ja! Komm mal mit! Komm mal mit! Komm mal mit! Hier! Was ist das hier? Was ist das hier? Schau mal dahin! Das kam genau von Scarface gegen... Von uns hat keiner geschossen! Gerade wurde auf uns auch geschossen! Und wir haben gedacht, das seid ihr! Nein! Wir dachten auch, dass ihr das seid! Weil gerade eben Scarface genau in unsere Richtung gezielt hat! Deswegen! Wegen diesem Schuss hier ist Scarface gestorben! Nicht anders! Sollten wir das rein? Was? Was?